Servus Leute, heute bin ich München in dem alten Gebäude. Das alte, bekannteste Brauhaus in München. Wir werden jetzt hier drinnen mal schauen, was es so gibt. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen auf das ganz bekanntes Brauhaus von früher. Hier ist der Eingang. Hier hat es Händel, bayerischer Händel, hier hat es Schweinhax. Und hier hat es einen Händel und hier hat es wahrscheinlich noch so Enten, oder? So schaut es hier aus. Und ja. Hallo. So jetzt haben wir hier ein halber Maß Augustiner bestellt. Hier gibt es hier Tagesspezialitäten. Bauernsalat. Münchenschnitzel. Gegrittes Rinderfilet. 180 Gramm. 15,95 Euro. Die Preise sind sehr human. Hier haben wir die Getränke. 4 Spezialitäten. Alkoholfrei. Und mit Alkohol. Augustiner Helles Fass. 05,92 Euro. Das wird alles selbst gebraut. Und hier im Restaurant kann man es verzehren. 05,95 Euro. Und hier im Restaurant.